Ich bin sehr glücklich, dass ich ein Teil von so einem großen Klub, mit so einer großen Historie geworden bin. Der größte Klub in Deutschland, einer der größten Klubs in der Welt. Für mich ist es ein unglaublicher Ehre und ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin. Bei ihm war es sehr, sehr beeindruckend, wie schnell es ging und er wollte auch schon immer zum FC Bayern München. Für ihn gab es auch keinen anderen Klub und wir alle kennen auch seine Stärken. Er ist noch ein sehr junger Spieler, trotzdem schon sehr, sehr weit im defensiven Zentrum. Zweikampfstark, Kopfballstark, sehr, sehr robust und vor allem auch einer, der gerne die Truppe zusammenhält und der gerne führt. Wir sind sehr glücklich, dass er einen 5-Jahres-Vertrag bei uns unterschrieben hat. Das Schöne daran ist, dass wir immer an ihm drangeblieben sind und jetzt hat es gepasst und wir haben zugeschlagen. Ich denke, wie Bayern Bayern ist, wie ich in Ajax habe. In Juventus war es ein bisschen anders. Ich denke, ich bin besonders ein Defender, aber auch mit guten Ball-Playing-Skills. Ich denke, ich bin ziemlich stark, fast und auch gut mit meinem Kopf. Ich denke, das ist der Typ. Ich sage ja immer, es geht ja um die Achse. Das fängt beim Torwart an, das geht dann über die Innenverteidiger ins Mittelfeld bis vor in die Offensive. Und wenn man da, das haben wir ja, Gott sei Dank, Spieler hat, die sich gegenseitig anfeuern, die sich gegenseitig stark machen, die sich gegenseitig helfen, die lautstark auf dem Platz präsent sind, gerade in schwierigen Momenten kann das enorm helfen. Das ist ein Junge, der wirklich sauberen Charakter hat. Das ist ein leidenschaftlicher Verteidiger mit Führungsqualitäten, einer Gier, einer unfassbaren Siegermentalität. Und ja, so einer wird uns wirklich gut zu Gesicht stehen. Das ist für mich sehr wichtig. Und ich denke, Bayern München ist ein fantastisches Klub. Es ist einer der besten Rund-Klub in der Welt. Und ja, ich bin sehr stolz, dass ich ein Teil dieser Gruppe bin. Das ist eine der Richtlinien Cholz.